Ich bin Johannes, ich bin einer von den Sportbetreuern im Hotel Barco Samarco. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen im Adventure Climbing Park Barco Samarco. Ich werde Ihnen nun eine Kurzeinweisung geben über die Sicherheitseinweisungen des Parcours. Es ist erforderlich, dass Sie sich stets an die Regeln halten. Sie erhalten von uns eine Ausrüstung bestehend aus Sicherheitsgurt, Klemmen und Handschuhen. Ich werde Ihnen nun vorführen, wie Sie diese verwenden. An der Leiter, die Sie hier sehen, befindet sich der Fallarista. Der Fallarista sichert sich vor dem Runterfallen und durch Zug blockiert das Seil. Sie verwenden die roten Karabiner und stecken sie an die zweiten roten Karabiner an. Immer alle beide. Also rot zu rot und grün zu grün. Der grüne Karabiner funktioniert durch Drücken beider grauen Teile. Somit sind sie gesichert bei der Karabiner an rot und grün. Oben angekommen, hacken wir den ersten roten Karabiner aus und geben an sie Lifeline. Ebenso den zweiten. Nichts vergessen, den grünen Karabiner auszuhaken. An dieser Stelle ist ein Wechsel der beiden roten Karabiner erforderlich. Niemals beide gleichzeitig. An der Zippweier benötigen wir den blauen Karabiner mit der Zugrolle. Wir geben die Zugrolle auf das Seil und verblockieren ihn von unten mit dem blauen Karabiner. Ebenso hier die roten Karabiner entfernen und hinter der Zugrolle befestigen. Schussbüchner Oben Lassen Lass den Karabiner Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020